Hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Market Briefen hier in den spannenden Wochenabschluss hinein. Wir hatten Feiertag, die Börse hatte geöffnet, die Wall Street hat geöffnet und wir bewegen uns mit dem Wochenabschluss natürlich in eine interessante Zone. Die Indie CS short-technisch gesehen an einer ganz wichtigen Make-or-Break-Zone brechen wir in den Wochenabschluss durch. Dann wäre das direkt eine bärische Vorlage für die nächste Handelswoche. Drehen wir ab und wir könnten erstmal eine stärkere Erholung sehen. Und mittendrin haben wir einen ganz wichtigen Impulsgeber. Wir haben den US-Arbeitsmarktbericht, der wichtigste Datensatz in diesen Wochen. Fällt er zu gut aus? Fällt er zu schwach aus? Wie ist die Reaktion des Marktes? Was wird erwartet heute alles hier im Market Briefen? Außerdem haben wir das Thema Geopolitik noch gestern ein bisschen hochgeschaukelt wieder durch ein paar Aussagen von US-Präsident Biden, dass Israel auf den Angriff des Iran mit einem Angriff auf die iranischen Ölanlagen reagieren könnte. Wäre aber so ein Punkt, da müsste der Iran wieder reagieren. Und das wäre dann so ein Thema Eskalationsspirale. Gestern auch etwas in den Markt gekommen, damit der Ölpreis nach oben gepusht. Fuhr plötzlich auch wieder Inflationssorgen. Da auch dieses Thema schauen wir uns nochmal an. Also ganz wichtiger Wochenabschluss, den wir haben. Welche Pille nehmen wir am Dienstag oben? Können wir den Wochenabschluss retten? Oder sehen wir sogar die Eintrübung und damit die Vorgabe, die bärische Vorgabe, für den weiteren Oktoberverlauf? Wir schauen uns die ganze Sache noch im Detail an. Gehen wir hinein in den gestrigen Handelstag. Und ja, im Großen und Ganzen, ihr könnt es ja selbst sehen, war hier etwas Langeweile angesagt an der Wall Street. Underperformer war der Russell, die US-Nebenwerte. Aber jetzt auch nicht so gigantisch. Der Rest leicht im Minus. Wir verwalten so einen Wochen-Minus zurückhaltend vom Arbeitsmarktbericht, zurückhaltend von dem Gegenschlag von Israel. Da möchte sich jetzt keiner groß investieren. Am besten konnte sich noch der Nasdaq halten, der leicht, nur minimal im Minus geschlossen hat. Also großes Abworten an den Märkten, was wir gestern gesehen haben. Das hier brauchen wir. Und da gehen wir eins weiter. Das sehen wir jetzt auch nochmal hier im Monatschart. Nicht im Monatschart, in der Monatsperformance. Könnt ihr hier im Detail nochmal sehen. Hier für den S&P 500 haben wir jetzt einen Monatsperformance. Oktober minus 1,1 Prozent. Nasdaq schon minus 1,5 Prozent. Die US-Nebenwerte schwächeln etwas mehr. Da ist die Zinswende, die jetzt plötzlich wieder in Frage steht. Das merkt man jetzt bei den Nebenwerten. Der DAX aber auch ordentlich unter Druck geraten. Nachdem er in der vergangenen Woche der Outperformer war, nun minus 2,3 Prozent auf Monatssicht. Was aber auch relativ noch im Rahmen ist. Das ist der Oktober, der ja sowas etwas begünstigt. Diese Grafik hatte ich ja auch ausgepackt. Wir haben das dritte Quartal gut abgeschlossen und starten mit über 20 Prozent Performance für den S&P 500 in das vierte Quartal, in den Oktober hinein. Und immer, hier sind die Jahre zu sehen und hier ist die jeweilige Performance zu sehen. Immer wenn wir über 20 Prozent, hier 2024 sind wir knapp über 20 Prozent, über 20 Prozent in den Oktober gestartet sind mit so viel Jahresperformance. Ja, was hat dann der Oktober gebracht? Gerne Gewinnmitnahmen. Gehört ja auch noch zur schwachen Saisonalität. Juli bis Oktober. Der Oktober gerne ein Volatilitätsmonat und das sehen wir momentan auch. Der Volatilität in DexWix auch schon wieder über 20. Und gerne sieht man da nochmal Gewinnmitnahmen, wobei dann das vierte Quartal trotzdem fast immer positiv geschlossen wird. Thema Jahresendräti. Aber Oktober, schwäche Monat. Was hatte ich gesagt? Jetzt minus 1, parcerquetschte Prozent im S&P 500. Da hätten wir sogar noch ein bisschen Platz, dass da ein bisschen mehr nachkommen kann. Das ist also grundsätzlich erstmal in den Erwartungen. Saisonalität. Juli sehr gut gegriffen. September nicht gut gegriffen. Oktober greift erstmal wieder gut. Aber alles vollkommen noch im Rahmen. Also nicht irgendwie, dass jetzt zu stark wäre, dass jetzt gleich eine Jahresendrät in Gefahr ist. Das noch nicht. Aber wir bewegen uns jetzt in den Wochenabschluss hinein auf durchaus spannenden Faden, wo man jetzt nicht tiefer fallen dürfte. Kurzer Blick auf China. Momentan Feiertag. Da hatte man ja eine Mega-Rally gesehen. Hier die größten 10-Tages-Gewinne nochmal für China. Hier ist der aktuelle, die waren die aktuellen, die letzten 10 Tage bis zum Börsenschluss in China über 20% zugelegt. Und dann auch nochmal hier interessant zu sehen, das sind die stärksten Gewinne, die man hatte in den letzten Jahrzehnten von 10% Zuwachs. Und ja, dahinter seht ihr ja gut, ein Monat, drei Monat, sechs Monat, neun Monat, ein Jahr, bla bla bla, wie dann die Performance danach war. Und es fällt ja schon mal auf, ohne jetzt die einzelnen Daten genauer anzuschauen, es fällt auf, dass natürlich sehr viel Rot auch dabei ist. Also nicht einheitlich grün. Also hat man so einen gigantischen Sprung in China gesehen, gigantischen Sprung an Performance innerhalb von 10 Handelstagen. Ja, dann folgte danach gerne auch mal etwas eine Schwäche, ne. Das war meistens auch das Dumme und ist nicht ohne Grund. Diesmal ja auch nicht ohne Grund. In China läuft die Konjunktur nicht gut. Und ja, dasselben ging es dann wirklich steil weiter nach oben, gerne mal verschnaufen. Manchmal wurde auch alles wieder komplett abgegeben. Also China, wenn die wieder eröffnen, dürfte die Spannung sein, ob diese Gewinne, die man hier reingesqueaset hat, muss man ja fast schon sagen, über 20% in 10 Tagen. Das ist schon gigantisch, dass so gehalten werden kann. Aber das sehen wir dann in der kommenden Woche. Feiertag läuft ja noch. Was auch wieder reingekommen ist, der Volatilität-Index wächst. Ich habe es eben schon erwähnt, über 20% jetzt wieder hier zu sehen. Inverse dargestellt, Rot und der S&P 500, der auch seine Schwäche gesehen hat gestern, aber eben deutlich schwächer. Das Rückhaltende hat er seine Schwäche gesehen und ein kleines Gap auch zum Wichs auf. Also der Volatilität-Index wächst, der steht jetzt wieder so um die 20%. Das ist schon der Sorgenbereich viel höher, nicht? Wird dann noch höher gepusht, dann wird vermutlich der 1. S&P 500 auch nachkommen müssen und könnte dann auch stärker unter Druck geraten. Also Volatilität, aber auch das. Die Volatilität sieht gerne ihren Jahresspike im Oktober. Und dieser Spike, da laufen wir genau rein. Der läuft auch saisonal ziemlich pünktlich an und er kann auch noch mehr holen. Aber holt er noch mehr, dann wird er dieses Gap beim S&P 500 vermutlich schließen. Und auch der S&P 500 bzw. die Wall Street an sich dürfte dann unter Druck geraten. Da haben wir ja heute einige Impulsgeber vor der Nase. Auch was gestern nach oben gegangen ist, was auch für Unsicherheit gesorgt hätte. Der Ölpreis mal zu sehen im Wochenschort seit Ende 2021. Wir hatten ja im vergangenen Monat zum Abschluss des dritten Quartals, hatten wir das mehrere Jahre tief angelaufen. Hier hat man ja angelaufen und nun haben wir die Gegenwehr, haben jetzt ein neues Einmonatshoch erreicht. Warum? Gestern Geopolitik sicher, kommt der Angriff auf Iran, auf Infrastruktur, würde das heißen, der Iran schlägt zurück, Eskalationsspirale, geht erstmal der Ölpreis wieder nach oben. Ob es nun wirklich so kommt, vielleicht kommt es ganz anders und es gibt einen Gegenschlag und der Iran sagt, okay, das ist abgehakt. Möglich, so ähnlich wie im April. Aber diese Unsicherheit nehmen wir vielleicht mit ins Wochenende, denn vermutlich wird im heutigen Freitag noch kein Schlag kommen. Wird man sich sicherlich aufs Wochenende fokussieren und diese Unsicherheit nimmt man schon mal mit. Aber eben auffällig, mehr Jahrestief erreicht der Ölpreis und der dreht ja doch deutlich an. Wir haben ja schon hier in der Mitte drin das mittlere Bollinger Band, also viel mehr sollte er nicht mehr zulegen. Ansonsten hält sich das Bild hier erstmal wieder auf und das wäre eben durchaus eine Komponente beim Thema Inflation, die mir ja komplett in den Hintergrund geschoben hat. Das Thema Inflation kommt urplötzlich langsam wieder zurück. Also Ölpreis, guter Rebound am Mehrjahrestief, neues einen Monat hoch erreicht. Hier zu sehen auch rot der Ölpreis, der jetzt nach oben schießt und unten die Benzinpreise, seht ihr ja auch an der Tankstelle, viel humaner geworden als noch vor wenigen Jahren, gerade nach dem Angriff von Russland auf der Ukraine, deutlich rückläufig. Aber auch hier der Ölpreis zieht nach oben, die Benzinpreise laufen dann gerne mit Verzögerung nach. Also auch hier dürfte sich was an der Tankstelle bemerkbar machen. Wir hatten ja die Inflationsdaten, Eurozone, Deutschland in dieser Woche, alle wieder unter 2%. Aber bei relativ stabilen Lebensmitteln, Inflation, bei Dienstleisterinflationen noch viel zu hohes, was wirklich deflationär stark gewirkt hat, waren die Energiepreise, Ölpreise, Benzin. Und das hat wirklich nach unten gedrückt. Und kommt die zurück, dann haben wir schnell wieder eine verfestigte Inflation. Also der Rückgang der Inflation ist wirklich sehr stark abhängig bisher von den Energiepreisen. Merkt man ja auch ein bisschen bei der gefühlten Inflation, wenn man einkaufen geht. Das wirkt wirklich, wirklich günstig im Supermarkt, nur weil die Preise jetzt etwas langsamer steigen und nicht mal so ganz dynamisch. Also auch hier könnte was zurückkommen. Das wäre eben eine Frage der Inflation in Kombination mit den US-Konjunkturdaten, die wir gesehen haben. Hier der City Economic Surprise Index für die letzten Wochen seit Ende August. Es ist auffällig, dass diese eben auf der Oberseite zuletzt überrascht. Also der Mist eben, ob die Konjunkturdaten auf der Oberseite positiv reinkommen oder auf der Unterseite. Und zuletzt in den letzten Wochen immer wieder die Überraschung auf der Oberseite. Wir hatten ATP, wir hatten die Job Openings, wir hatten gestern den ISM, wichtiger frühen Dekater für die US-Wirtschaft, ISM-Dienstleistungssektor, sehr stark ausgefallen, überraschend stark bei zugleich heißer Preiskomponente. Da sind die guten Daten, hat man gestern nicht mehr gefeiert. Warum? Urplötzlich kommt die Sorge hinein. Upsi. Die Fettfang fängt an mit großen Zinsschritten und die Konjunkturdaten mit den Unterkomponentenpreisen ziehen plötzlich so stark an. Dann ist ganz schnell wieder die Inflationssorge zurück. Und das in Kombination mit der Geopolitik, Ölpreise kommen zurück, Ölunsicherheit. Es ist doch nicht so ein Niveau, wo man sagen muss, oh Gott, es kommt der große Rebound bei der Inflation. Da bewegen wir uns noch nicht hin. Aber diese Gefahr ist wieder da und der Markt guckt dahin. Und urplötzlich sind eben die guten Daten dann wieder nicht mehr die ganz guten Daten. Das ist das Interpretationskarussell an den Märkten. Und da schlägt momentan wieder etwas um. Hier auch so sehen die Inflationserwartung, die zwei jagen, auch noch mal rot mit der Entwicklung des Ölpreises. Und momentan die Inflationserwartung ziehen ja auch wieder nach oben an. Über zwei Prozent ist wieder deutlich. Die Ölpreise laufen sie weiter nach oben. Ja, da dürfte es eben auch eine direkte Korrelation mit den Inflationserwartungen geben, die jetzt wirklich seit September einen scharfen Rebound gesehen haben. Viel weiter sollte es nicht gehen. Die US-Notenbank FED kann das eigentlich, die Entwicklung der letzten Wochen, nicht wirklich gutheißen und auch vor allem nicht ignorieren. Und das wirkt sich eben momentan auch auf die Erwartungen an die Zinssenkungen aus. Grün zu sehen, Erwartungen für dieses Jahr. Rot fürs nächste Jahr. Und für dieses Jahr geht man deutlich zurück. Man hat jetzt nur noch zwei, vielleicht gerade so noch drei Zinssenkungen im Raum. Keinen großen Schritt, man nur noch kleine Zinsschritte. Und fürs nächste Jahr sind nur noch vier mal 25 Basispunkte in den Erwartungen. Also urplötzlich von starke Zinswerte, mehrere große Zinsschritte, zu jeder Sitzung einen Zinsschritt auf der Unterseite, geht man plötzlich davon weg, weil die Konjunktur so gut ausgefallen ist, weil die Inflationserwartungen wieder ansteigen. Da muss die FED einfach mehr auf Beobachtung weitergehen. Die haben immer noch beide Mandate. Und heute der heutige Datensatz der US-Arbeitsmarktbrich kann das Zünglein an der Waage werden. Ganz spannend vor dem Wochenende. Hier sehen wir nochmal die Non-Form-Payrolls, also die neu geschaffenen Stellen. Und 150.000 ungefähr der Konsens. Also etwas besser als die schwachen Daten vom Vormonat. Flüsterschätzung sagen sogar, dass man noch höher ausfallen kann. Also noch ein festerer Datensatz. Damit hätten wir keine Konjunktursorgen mehr. Aber urplötzlich Inflationssorgen wieder da. Aus dem Nichts sind sie wieder da. Also die Arbeitsmarktzahlen heute stabil, leicht fester. Flüsterschätzung sogar deutlich besser. Und im Kontext mit den vergangenen Daten, ATP, Job Openings, würde das auch gut passen. Ich habe noch ein bisschen das Gefühl, so ein schlechtes Gefühl, dass dieser Datensatz urplötzlich anders ausfällt. Das haben wir nämlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen. Die Widersprüchlichkeit der Daten. Urplötzlich ganz anders reingekommen. Kann man sich gar nicht richtig erklären. Also diese Gefahr ist sicherlich etwas drin. Die Erwartungshaltung optimistisch. Überraschungspotenzial liegt da natürlich auf der Unterseite. Aber vermutlich liegen wir dann doch irgendwo im Konsens drin. Hier nochmal zu sehen, Konsens. Die Analysten, was sie erwarten. Hier auf der linken Seite zu erkennen. Hier die neu geschaffenen Stellen. Hier die Arbeitslosenquote. Ziemlich stabil. Die meisten 4,2%. Auch die Stundenlöhne stabil. 0,3% erwartet. Sehr großer Konsens in diesem Bereich. Wäre auch ein Punkt. Also Stundenlöhne könnte fast spannender werden als die Non-Form-Payrolls. Als die neu geschaffenen Stellen. Die Zahlen. Weil urplötzlich das Thema Inflation wieder dabei ist. Also mal gucken, ob sich die Stundenlöhne hier bewegen. Sehen wir dort urplötzlich einen Anstieg. Plötzlich die 0,4. Vielleicht eine 0,5. Dann kann es fast egal sein, was hier drüben für eine Zahl steht. Dann kann es gut sein, dass der Anstieg der Stundenlöhne urplötzlich die Inflation hier zurückruft. Die Inflationssorgung zurückruft. Und dann auch für Druck sorgt. Obwohl vielleicht die neu geschaffenen Stellen komplett in den Erwartungen liegen. Also ungefähr 150.000 ist so die Konsensschätzung. Die Arbeitslosenquote 4,2%. Und Stundenlöhne stabil um 0,3% auf Monatssicht. Was könnte da passieren? Wie könnte der Markt reagieren? Oder sind sich die Analysten gar nicht mal so einig? Ich hatte eben schon die Schätzung von JP Morgan veröffentlicht. Das ist ein ziemlich langer Text. Im Traders Club. Ersten Link in der Videobeschreibung. Kommt sehr gerne mit hinein. Die haben ein bisschen konträre Meinung zu Goldman Sachs. Das ist hier die Matrix von Goldman Sachs. Kommen die neu geschaffenen Stellen heiß herein. Über 200.000 neu geschaffenen. Also Konsens aktuell 150. Flüsterschätzungen gehen teilweise deutlich drüber. Und Goldman Sachs sagt, kommen wir wirklich so heiß herein. Vielleicht noch in Kombination mit dem Anstieg der Stundenlöhne. Dann wird der S&P 500 verlieren. Dann verlieren wir. Dann feiert man nicht mal Hurra. Wir kriegen Softlanding. Alles gut. Dann kommt die Sorge hinein. Upsi. Vielleicht ist das Thema Inflation nicht abgehackt. Und die Notenbank muss Hände hoch. Keine große Zinswende. Vielleicht erst mal Zinswende so komplett pausieren. Das wäre die Gefahr. Stundenlöhne hoch. Neu geschaffene Stellen hoch. Plötzlich nicht mehr der gute Datensatz. Das sind die Bad News. Also zu feste Daten. Inflationssorgen wäre dieses Thema urplötzlich wieder akut. JP Morgan sieht das etwas an. Das ist in vollem Goldlöckchen Szenario. Aber wie gesagt, diese Grafik habe ich euch im Traders Club bereits gepostet. Und in den Erwartungen leicht fester. 150.000 Contents. Leicht drüber. Wäre vermutlich der Sweetspot dort, wo die beste Bewegung möglich wäre. Stundenlöhne stabil. Erwartungen leicht drüber. Wäre das Beste für heute. Und wir hätten den Happy Friday und alles nochmal stabilisieren. Oberhalb der Supportzone. Alles zu schwach. Sogar unter 100 Basispunkte. Urplötzlich auch die Konjunktursorgung zurück. Also Goldman Sachs sieht, wir brauchen Sweetspot. Leicht über den Erwartungen. Zu heiß ist negativ. Zu schwach ist negativ. Zu heiß heißt Inflationssorgen. Zu schwach heißt urplötzlich doch die Konjunktursorgen. Und der Arbeitsmarkt ist hier einfach ein ganz wichtiger Punkt, worauf die FED schaut. Also bitte in der Mitte reinkommen. Urplötzlich haben wir wieder die Sorge zu. Gute Daten passen nicht mehr. Kurzer Blick noch auf den S&P 500. Der hatte hier ja seine Cup-and-Handle-Formation ausgebrochen. Die Erwartungshaltung am Wochenende war ja, dass wir hier ein bisschen zurücklaufen. Richtung Ausbruchzone. Richtung 5600, 5640. Das sehen wir momentan auch. Ein paar Punkte kann man noch holen. Wochenabschluss. Dann sehen wir plötzlich Abgabedrucken fallen hier durch. Unter die 5600 Warnsignal. Das wäre ein Warnsignal, wenn wir auf Wochenschluss hier die Ausbruchzone hergeben. Weil, was weiß ich, Datensatz nicht stimmt, weil Israel angreift, warum auch immer. Aber fallen wir dort durch, haben wir eine signifikante Eindrückung. Alles oberhalb und wir könnten hier natürlich stark wieder abdrehen Richtung Allzeithoch. Wir haben hier weiterhin die Cup-and-Handle-Formation aktiv. Und der Rücklauf zur Ausbruchzone, der kommen sollte, der läuft momentan und hätte sogar noch ein paar Pünktchen über. Beim DAX ein ganz ähnliches Bild. Da ist hier im Wochenschort zu sehen die Inside-Wieg, die wir haben innerhalb der Vorwochenkerze reingekommen. Rücklauf zur 19.000, Ausbruchzone stand im Raum, sehen wir gerade. Haben wir den Aufwärtstrend vom August getestet, im Wochenschort rangekommen. 18.950, die Zone können wir hier hochziehen. Stabilisieren wäre wichtig. Alles unterhalb, schwacher Wochenschluss auf Wochentief. Und vermutlich die Vorgabe, dass wir in der nächsten Wochenschluss Richtung 18.5 weiterlaufen können. Also hier wichtige Zone erreicht. Das ist hier Cetra DAX, wichtige Zone erreicht. Sehen wir hier nochmal einen Stundenstart. Das war die Grafik, die ich ja auch im Wochenausblick schon geteilt hatte. Am Aufwärtstrend hier angekommen, wie eben schon gesehen, hier die große Cup-and-Handle-Formation. Die hatten wir die Untergurt und da hatten wir das Ziel erreicht. Und der Rücklauf Richtung Ausbruchzone, Richtung 19.000 war definitiv zu erwarten. Und das haben wir jetzt auch gesehen, ist eine Reaktionszone. Eine Gap-Zone, Ausbruchzone, Cup-and-Handle-Ausbruchzone. Und hier am Aufwärtstrend definitiv eine Reaktionszone, wo man was einplanen muss. Die Gegenwehr einplanen muss. Fällt sie aus, brechen wir hier durch Wochenschlussbasis. Wie eben schon gesagt, wäre das ein negatives Szenario für die nächste Woche. Hätten wir vielleicht sogar die Cup-and-Handle-Formation, eine schöne Umkehr-Formation, die eigentlich das Ziel Richtung 20.000 öffnet, hätten wir dann wieder umgekehrt. Wäre wahrlich kein gutes Signal. Alles, was man hier abtrennt. Wenn man hier Dynamik heute sehen, weil die Daten blassen, wird dynamischer Tag, Rent-Tag nach oben. Und die Chance beim DAX ist, dass wir hier direkt schon das Tief gesehen haben, weiterlaufen. Diese Chance ist gegeben. Kurzer Blick zum FDAX, zum DAX Future. Hier ist ja in der oberen Verbindungslinie abgebreit. Hat hier noch den Rent, hätte mal ein bisschen Platz. Auch das mittlere Bonninger-Band hätte hier noch ein bisschen Platz. Also haben wir aber auch schon, vielleicht 50 Punkte wären das noch vom heutigen Tief. Dass wir hier ein bisschen was holen können. Also der FDAX sagt ein bisschen noch, aber dann bitte hochdrehen. Guckt bitte hier auch auf den MACD, der hier Beersche Kreuz hat, jetzt hier vor der Beerschen Kreuzung steht. Also es wäre auch wichtig, hier eine Gegenwehr zu sehen. Der FDAX sagt, Future sagt, ein paar Pünktchen kannst du noch machen, aber bitte nicht viel. Und dann brauchen wir die Bewegung nach oben. Das schassend auch alles in den Wochenabschluss hinein. Das macht die Sache eben umso spannender, weil dann Signale auch schnell mal gefestigt werden. Und das wird nun interessant werden. Also DAX, Reaktionszone, S&P 500 kurz davor. Alles noch oberhalb der Ausbruchszone, aber es muss jetzt was passieren. Heute kein negativer Trigger und den schwachen Wochenschluss wäre direkt die Vorgabe. Nächste Woche wird schwierig. Da schauen wir uns natürlich dann alles in Ruhe, auch im Wochenausblick nochmal an. Beziehungsweise komme ich vermutlich auch live zum US-Arbeitsmarktbericht. 14.30 Uhr kommt der raus, dieser wichtige Datensatz. Können wir auch gerne live drauf schauen. Interessant hier auch noch zum Abschluss dieses Market-Briefings. Die Buybacks befinden sich an der Blackout-Periode in den USA. Hier mal für den Euro-Stocks gut zu sehen, dass man bis in den November hinein jetzt auch in der Blackout-Periode ist. Also hier fehlen auch Käufer. Hier ist zu sehen der Kursverlauf der Euro-Stocks. Hier die Buybacks, die drin ist auch noch gut zu sehen, dass man eben gerne mal, wenn die Buybacks komplett in ihrer Blackout-Periode sind, also ihre Rückkäufe nicht, die Rückkäufe nicht getätigt werden dürfen, die Aktienrückkäufe, dass dann auch wichtiger Käufer am Markt findet und dann gerne mal eine schwäche Tendenz am Markt verhalten ist. Und dort laufen wir jetzt durchaus hinein, beziehungsweise finden uns inmitten. Der Oktober dürfte etwas schwierig bleiben. Das soll es schon gewesen sein mit dem Market-Briefing. Wie gesagt, 14.30 Uhr ist Arbeitsmarktbericht. Vermutlich bin ich da live dabei. Abonniert den Kanal. Dann schauen wir gemeinsam auf diesen Datensatz. Die Märkte sind positioniert für Rebound. Mögliche Chance hier den Rebound zu sehen. Der DAX viel tiefer sollte da bitte nicht fallen. Jetzt hier hochlaufen mit Unterstützung vom Arbeitsmarktbericht. Hoffentlich fällt dieser negativ aus. Muss man sagen, zu schwach kann man gar nicht mehr sagen. Ist nicht unbedingt das Negativ-Szenario. Zu schwach oder zu stark aus. Könnte Druck aufkommen. Und bitte auch eins nicht vergessen. Wir haben die Geopolitik noch. Ist für mich nicht das ganz mittelfristig große Thema. Aber es ist eine Unsicherheit. Und vermutlich sehen wir noch keine Entscheidung. Israel-Reaktion auf den Iran. Nicht vor dem Wochenende. Und dann könnte es auch Zurückhaltung geben. Dass man sich hier nicht groß investiert verabschieden möchte. Und lieber etwas vorsichtiger unterwegs ist. Aber das schauen wir uns alles noch im Detail an. Ich wünsche euch erstmal einen guten Auftakt. Und diesen Handelstag mit großem Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal. Oder im Traders Club. Bis bald. Macht's gut. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.